Ja, das macht mir ja die Nase zu, sag mal, hey, ich bin da rein, gut rein, ja, bitte, 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 so, dann werden wir dir mal das Fliegen beibringen, ja, ich sitze das ganze Jahr im Büro und heute mache ich so weit, ne, das macht alles richtig, ne, endlich liegen, so, ein paar Schritte vor Ort zu mir, die rutscht schon auf meine Nase, ich kann dich auch feststellen, Ja, machen wir nicht so rüber oder weg, und dann kann man das so machen, dass er zuerst rutscht, dass ich ihn aufnehmen kann, weil ich nicht so fotogen bin, ach du wieder, so, Händchen hier an dich laufen, und da müssen die bleiben, und warum dürfen die anderen so machen, das liegt am Eigengewicht, das wird bei dir nicht stressieren, so, nochmal einen Schritt hier rüber, genau, trau dich, Aber ich hatte jetzt schon eine Leine dran, ja, du bist gesichert, da brauchst du dir keine Sorgen mehr, so, So, Juti, und jetzt heißt es nach vorne auf den Bauch legen, vertraue den Burt, schmeiß dich ruhig einfach rein, ja, komplett reinlegen, bis sich alles klappt, ja, adaptiert, jetzt anhoben, genau, und durchstrecken, so, Du siehst du mich? Ich sehe dich, da kann ich dich. Aber sieht dich die Kamera auch? Ja, klar. Sicher? Ja, ich weiß nicht. Du, das wird Zeit zu sagen, dass ich dich liebe, vielleicht kann ich da unten nicht mehr. Doch, aber mit Riesengrinsen. Gut, den Flug über, lässt du dir die Hände hier an den Schlaufen, bleibst genau so, wie du jetzt bist, und fliegst bis rüber. Ja, immer, die ganze Zeit. Genau, und wenn du drüben angekommen bist? Ach du, meine Nase ist immer nur zu. Ach du. Ich krieg keine Luft mehr, wenn ich hier fände. Deswegen gibt es gleich Druckbetankung von vorn. Ich wollte so ja den Amaretto trinken, gibt es ja hier nicht. Ne, den hatten wir schon, tut mir leid. Gut, ihr beiden, dann kann ich sagen, viel Spaß, genießt es, steigt auch nicht aus während der Fahrt, und dann starten wir durch. Drei, zwei, eins, hinterher. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Wow. Wauw, wauw, wauw! Wauw, wauw! Wauw, wauw! Wauw, wauw! 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 Hallöchen, bleibst du bitte liegen? Ja. Und jetzt? So, die Beine sind. einmal anhocken? Ja. Setz du die Skibrille hoch? Also meine Brille ist so weit. Ja, machst du gut. Machst du mal einen großen Schritt in die Mitte? In die Mitte? So? Ich muss mal diese Brille abmachen, aber wo hängt die? Ja, ich will ja die Kamera nicht kaputt machen. Nimm die jetzt noch auf. Der ist ruppig, ja? Ja, willst du noch mal zurück? Oh ja, ich dachte ich kann nicht hier auf den Busch. Ja, dann hätten wir was verkehrt gemacht. Ja, nie.